Basis allgemeine Entladung, Basis, 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 allgemeine Entladung, äh, leer, ja, so, also auch die Ölindustrie, alles wird dann auf Drohne sein, hier wird kein Fließband mehr irgendwo liegen, die Fließband werden nur noch produziert für die Wissenschaftspakete. So, okay, jetzt stelle ich das Ganze hier auf manuell und gucke mal, wenn ich den hier umsetze, ach hier vorne, äh, Bau 01, Bau 01, Bau 01, Wenn, voll. Ach, scheiße. Ach, kacke. Der letzte Wagen, heißt, ich muss erst das hier oben abreißen, bevor ich das dann, hm, das, das habe ich so nicht bedacht. Ja gut, ich lasse jetzt erstmal die Wissenschaft wieder volllaufen, zum Beispiel mein Wissenschaftskluster. Also, wie mache ich das jetzt? Reiße ich das da oben ab? Baue genau an der Stelle 9 hin, das wäre Schmelze, ist das, V-Schmelzen-Not. 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 So, gut. Machen wir den weg. Ab-Bau-Alpha. So. Gut. Du fährst jetzt zu Abbau-Alpha. Fährst da nur los, wenn volles Inventar. Jetzt wird es nämlich interessant hier, wenn er jetzt hier ankommt, der wird jetzt hier erstmal eine Runde fahren, das ist zum Beispiel mein Kreuz hier, mein Wendekreuzanlage. Dementsprechend gerade fährt, der wartet hier, weil der gerade rausfahren will. Wenn der hier oben ankommt, können wir hier nämlich einiges umbauen. So. Perfekt. Und jetzt lass die Magie beginnen. Wir machen hier das einmal so, einmal so. So. Vielleicht hier dann das volle Inventar noch umändern in, mach mal. da. Und. Da. 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 Die ganzen Teile. Die Teile weg. So. Kommt schonmal alles hier rein. Ah, dort steht die Bude natürlich zu nah dran. Ist sowas von klar. Dann machen wir es halt erstmal nur so an der Stelle. So. Gut. So. So. Ja, jetzt ist der Zug nämlich hier fertig. Und können wir hier sagen, du sollst, warte mal, ignorieren, sollst du Radare. Ne. Ignorieren sollst du große Strommasten, ignorieren sollst du Roboterhangare und den Rest kannst du eigentlich abbauen. sehr schön. Sehr schön, der ignoriert das. Sehr gut. Dann kann hier nämlich diese ganze Reihe einmal komplett abgerissen werden. So. Und dann sagt dieser Zug hier nämlich. Moment. Moment. Äh. Dann sagt dieser Zug hier. Da muss. Die können auch abgerissen werden, weil da brauchen wir dann nicht mehr mehr. Yeah. Ja, da geht es halt ab, ne. Da unten. Der triggert halt schon ein paar etliche Nester. Deswegen überlege ich halt auch da vorne hier so ein Raketen-Dings hinzubauen. Ja, vielleicht mal gar nicht so blöde. Oh, gut. Und hier macht man nicht die Aufforderung volles Inventar, sondern Inaktivität. Und. Fangen wir hier. Äh. 25, 15, 15, 15. 15 Sekunden. Und das ganze oder. So. Das ganze fahren wir jetzt mal hier hin. Damit wir auch einmal die Runde fahren. Damit wir sehen, dass auch die Entladung funktioniert, wie ich mir die vorstelle. Hier. Wie sieht es zeittechnisch aus? Ja. Bin auch gut dabei, dass ich das, was ich schaffen wollte, jetzt auch in der Session geschafft habe hier. So. Aus. Jetzt müssten gleich hier Drohnen ankommen, um das ganze Zeug, was hier drin ist, dementsprechend in mein momentanes Zentrallager zu schaffen. Was dieses hier ist. Also. Ja. Das ist auch meine einzige Raketenstation. Immer noch. Ja. Müsste auch mir langsam überlegen, was ich mit dem schlechten Uran mache. Das müllt das förmlich zu. Da muss ich mir auch noch überlegen. Wahrscheinlich nehme ich irgendwann so eine Kistenregion, wo ich die einlagere. Hau mit der Granate drauf und dann ist gut. Dann ist das Zeug weg. Weil. Ja. Kommt so viel raus. Das ist mein Uran fällt noch hier. Das ist noch nicht mal ganz drauf. Hier zum Beispiel. Das kann man auch mal abreißen. Da kriegen wir die Module ganz gut wieder raus. Da. Unten. Die bewegen sich auch schon ein. Alle nicht mehr. Also. Hier kommt noch genug raus. Dieses Feld ist drei Millionen immer noch. Also. Auch das. Hat sich glaube ich. Ach. Der sieht gut aus. Die machen hier gut voran. Haben da einiges zu tun. Dann kann ich nächstes Mal mir hier überlegen. Ob ich hier diese Ecke nur zu mache. Oder ob ich gleich hier rüber mache. Dann kann ich nämlich auch das hier noch abreißen. Hmm. Und hier das Steinfeld. Das wollte ich eigentlich noch. Aber man hat immer so ein bisschen was auf der To-Do-Liste. Der kommt hier hier. Ganz gut durch. Und wenn ich das hier abgerissen habe. Das Steinfeld dann auch noch weg ist. Dann kann ich hier diese komische Bahnlinie. Die hier einfach durch geht. Das ist auch so ein notgedrungenes Ding. Äh. Auch abreißen. Aber ich habe hier halt schon. Schon gut verkerne. Sonst. Es funktioniert sonst hier alles. Jetzt mittlerweile. Hier fehlen noch ein paar Speed-Module. Schmiermittel brauche ich so gut wie auch nicht. Öl ist auch voll. Also ich habe jetzt ja auch hier unten. Zum Beispiel die drei Ölquellen. Also Öl 4, Öl 5, Öl 6. Geht dann an diese Zugstrecke an dieses Hauptgleis ran. Wo ich aber erstmal dieses Kupfer hier weg haben möchte. Da kann ich jetzt auch gleich noch ein bisschen Fabrikpflege am Ende. Treiben. Das weg. Das weg. Das auch komplett weg. Das 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 weg. Auch das noch mit weg. Das kann ich dann halt ganz gut für das Steinfeld nutzen. Das ist halt für mich das praktische an der Sache. Und zack. Und weggeholt. Irgendwann möchte ich halt einfach nur Tarifzone das auf dem Finger schnipsen, wenn ich was brauche. Dass es halt da ist. so. Das ist halt ordentlich was am machen. Und da bin ich nämlich am überlegen, ob ich hier sozusagen noch so ein Öldepot aufbaue, was dann hier hochfährt. Und hier zur Ölindustrie. Warum will ich die Ölindustrie hier aufbauen? Weil hier also drei Ölfelder sind, die ich gleich noch mit anschließen kann. Und dann hat man hier auch seine Ruhe. Das weg. Wie bettend. Ah. Wir sindsortiert. ? Fahre mal zur Basis der allgemeinen Ausgliederung, so, wie kommen denn da bitteschön Aliens jetzt hin, bin ich doch verkackalbern, immer so ein nette Challenge, aber die läuft bis auf solche Punkte halt relativ gut, 50 habe ich drin, gut, zack, entlade dich, also auch wenn man hier sieht, was ich über die Gesamtzeit, ja eigentlich alles schon verballert habt, ne, hier 17 Millionen Eisenplatten, 16 Millionen Kupferplatten, da wird dann schon langsam schummrig, 1,2 Millionen Stahl. So, wo, wo bitteschön, kamen hier noch Aliens her? Hier kommen sie nicht durchgelaufen, das ist Fakt. Haben die die echt so mies gemacht, dass die hier lang laufen? Was denn hier jetzt zur Störung? Ach, die Mauer haben sie zerstört, ja. Da muss ich dann wirklich nächste Session mal lang laufen. So, der fährt erstmal weg, ist okay, passt. Ja, wie gesagt, das ist halt so die Vorstellung, die ich habe, was wird denn hier zerstört, verdammt. Laufforst, jetzt lauf. Diese Drecksviecher. Var…" Nein, 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 nein. Nein. das ist leicht kacke muss ich nächstes mal wirklich diese unter hochdruck diese mauer da oben bauen deswegen ich kutsche jetzt nur noch noch mal in die base dazu nehme ich den was denn jetzt Achso Achso, mein Akku, ja, ok, verständlich Ich habe ja meine großen Stromquellen, das passiert ja automatisch, Stromverbrauchteile, wenn halt zu wenig Akku da ist, dass sich dann die ganze Sache hier ausschaltet Weil die Eisenplatten, die haben ja hier, es ist hier auch noch einen gewissen Puffer Also von daher gesehen kann ich auch mal einen Moment damit leben, dass hier meine Eisenschmelze nicht am Strom hängt Hauptsache ich habe noch genug Strom für meine Verteidigung Und daraufhin geht das halt dann, dieses ganze Gassystem, dass sowas automatisch passiert und ich mich gar nicht mehr drum kümmern muss Aber in dem Moment kriegt man halt einen Schreck Jetzt ist zum Beispiel genug Strom da und wieder springt wieder an Und hier sieht man die schönen Drohnen, wieso fliegen die tausende von Drohnen Hier muss ich mir auch noch irgendwas ausdenken, das habe ich auch noch nicht perfekt gemacht Für meinen Sinn Aber es läuft halt momentan erstmal Auch hier dieses Ölfeld, was da drunter ist Diese Spur kommt irgendwann weg hier, weil diese ganze Fabrik, das ist für meine Mid-Game-Base Die wird komplett abgerissen So, nochmal die Fahrt genießen Ich springe hier ab, weil ich möchte gleich zu meinem Spider-Tron Damit ich dann nächste Folge direkt hochlaufen kann, die Mauer machen Und zum Beispiel auch die Rakete Die feuert nur hoch, wenn hier unter 1000 Weltraumforschungspakete sind Vorher wird die gar nicht hochgejagt Das ist auch so ein, ja Ressourcensparen Trotz des ganzen Hypes hier um diese ganze Map Zum Beispiel die Minute Verbrauche ich halt momentan 6k Eisenplatten 10k Kupferkabel Die Minute, wenn man das auf 10 Minuten, was für mich immer so eine bessere Zeiteinheit ist Muss ich sagen, weil eine Minute ist recht kurzfristig Aber in 10 Minuten über 103 Kupferkabel 60 Eisen, Kupferplatten Und fast genauso viele Eisenplatten 10k Plaste Also Das ist schon was Und wenn du auf die Stunde gehst Kommst du halt bald in den Millionenbereich hier mit Kupferkabeln Also Die kann schon was liefern, die Fabrik Aber momentan ist der Flaschenhals Das Kupfer Weil diese Fabrik hier kommt nicht mehr hinterher Diese Schmelze Und Hier ist die Eisenschmelze Hier kommt die Kreuzung hin Und rechts drüber kommt die Kupferschmelze Hier drunter die Ölindustrie Hier drüber die Stahlindustrie Und wo ich dann meine eigentliche Fabrik mache Weiß ich noch nicht Weil die wird schrittweise abgerissen Dementsprechend Aber ich muss ja trotzdem gewährleisten Dass alles funktioniert Ich weiß es noch nicht So Und da war mein Wecker Sollte bloß so eine Zwischensession werden Hier quasi Und ich denke Die ist mir ganz gut gelungen Wir haben hier eine Mauer gebaut Die haben wir denke ich mal hier komplett abgerissen Muss ich dann nur noch mal händisch hier lang gehen Die Roboterhangare wegzunehmen Und an sich Dieses Teil hier abzureißen Der wird jetzt hier sinnlos hin und her fahren Aber egal für den Moment Und dann wird hier die Mauer gebaut Das ist die Hauptsache Das hier wieder dicht ist So Und hier müssen wir dann auch noch mal hin Hier ein paar Teile setzen Also genug zu tun Das ist übrigens weiteste raus Zum Stufe Leider raus geht es nicht Und es sieht schon recht groß aus Von daher gesehen Hat es mich gefreut Wir haben hier wieder Ein paar Bauaufträge weniger Es blinkert weniger Wir haben mehr geschafft Wir stecken unseren Gebiet langsam ab Und ja Dann bis zur nächsten Session Bis dann Euer Prisus